Ich schreie es raus, ich hasse Santa Claus, den lieben Santa Claus. So nett und fröhlich und immer ehrlich, wenn ihr mich fragt, absolut entbehrlich. Ich hasse Santa Claus, ja ich hasse Santa Claus. Das Ganze, ho ho ho, und selbst zuckersüßes Wesen, Spielzeug für die Kinder, ich werde es ihm vermiesen. Ich werde ja erst warm mit dem Chaos, das ich plane, ich schenke meinen schlimmsten Sturm genau zu Santa Claus. Oh, verdürbst du mir den Spaß, spürst du Stormellas Hass? Jetzt gibt es kein Zurück vom böden Meisterstück. Ich schütte den alten Zümpel, so mit Schnee, sodass es weht, ich schreie es raus. Ich hasse Santa Claus, den lieben Santa Claus. Ich hasse Santa Claus. Ich hasse ihn! Ha, 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 danke schön, nein, 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 nicht doch, nicht doch, aufhören, ach, da ist doch so, das ist ja nicht nötig. Sie werden nicht ungeschwann davon kommen. Ha, ach, was wirklich? Sie sind ne böse alte Hexe, jawohl, das sind sie. Ha, Schmeichlerin. Noch was, sanftäugiges Rentiermädchen, du hast diesen Sturm erst möglich gemacht. Darüber würde ich mal nachdenken. Wiedersehen. Rudolf, ich hab alles vermasselt. Nein, Zoe, ich bin an allem schuld. Aber ich bin über die Brücke gelaufen. Und ich bin fortgelaufen. Aber vielleicht wärst du ja nicht fortgelaufen, wenn ich dir gesagt hätte, Rudolf, dir schenke ich, dir schenke ich mein Herz. Das, äh, wow, Zoe. Was ich sagen will ist, du bringst mein Herz zum Glühen. Rudolf! Zoe! Schnee und Hagel und Eis dort oben, Kälte und Regen und Winde, die toben. Ich geb das Zeichen euch nun ganz laut. Fahrt los im Sturmen, von mir gebraucht. Der Sturm ist plötzlich da, Xie-Chef. Stormella! Irgendjemand muss über ihre Brücke gegangen sein. Da seht ihr, was passiert, wenn man eine Rettungsaktion von Amateuren durchführen lässt. Slyly! Um uns rauszuholen, brauchst du den Schlüssel. Stormella trägt ihn um den Hals. So, was du bist. Oh, warum lasse ich mich nur immer auf solche Sachen ein? Was machst du da? Ich stehle den Schlüssel für den Kerker. Jetzt schlaf schön weiter. Ah, na gut. Gut noch. Man glaubt es nicht. Das mit der Wahrheit funktioniert wirklich. Und jetzt nix wie raus hier. Er stehlt mir den Kerker-Schlüssel! Da entlang! Hier entlang! Da, Slyly! Schnell, gehen wir zurück! Ich mach' und tu' und das alles nur für euch, Kinder! Und das ist jetzt der Gack dafür! Frech und ungezogen! Wen soll ich zuerst einfrieren? Wie wär's mit dir, Zoe-Schätzchen? Lassen Sie Zoe in Ruhe! Meinst du etwa, du kannst ihr helfen? Oh, ich helfe! Helft mir, Rolf! Hilfe! Oh, helft mir, helft mir! Oh, helft mir! Helft mir doch! Fassen Sie mein Geweih! Ich zieh Sie hoch! Ich hab Angst! Mein Geweih! Los! Rudolf! Rudolf! Du hast mir grad das Leben gerettet! Na, ich konnt' Sie doch nicht einfach fallen lassen, oder? Naja, natürlich nicht, nein! Du konntest mich nicht fallen lassen, nein, nein! Ich lass' euch frei, ihr könnt gehen! Tja, damit wären wir dann quitt! Wir gehen nicht, bevor ihm sein Wunsch erfüllt wird! Wunsch? Äh, äh, was für ein Wunsch? Er hat Ihnen das Leben gerettet! Jetzt müssen Sie ihm einen Wunsch erfüllen! So verlangt es nun mal die Regeln! Der Fuchs hat Recht, Madam! So verlangt es die Regeln! Ich bekomme einen Wunsch erfüllt? Egal, was es ist? Steh nicht da und glotz wie ein Hirsch im Scheinwerferlicht eines Ufos! Dann, äh, dann wünsche ich mir... Ich wünsche mir, dass Sie nicht mehr böse sind! Was ist das denn für ein Wunsch? Aber Rudolf, du kannst dir doch wünschen, was du willst! Ja, Rotnase, sie hat Recht! Denk an was Größeres! Du hast nur einen Wunsch frei, oder? Ich hab's! Ich weiß, was du dir wünschen kannst! Wie wär's mit einer normalen Nase? Hä? Ne? Die hast du dir doch immer gewünscht, oder? Ein Wort von dir und du kriegst sie! Ich wünsche mir, dass sie nett sind! Ach, was soll denn das? Such dir was anderes aus! Ich wünsche mir, dass sie nett sind! Am Nordpol wird es ganz schön langweilig werden! Du, mein altes Herz aus Eis! Schmilzt weg! Nicht meines Herz! Mach mich... ...nett! Oh, ein niedlicher, kleiner Bingo! Würden Sie sich jemand zurückverwandeln, bitte! Aber... Sie sehen gar nicht verändert aus! Aber ich habe mich verändert, Rudolf! Nämlich innen drin! Na gut, dann rufen Sie den Sturm zurück! Tja, wenn ich das nur könnte! Nachdem ich den Sturm einmal losgelassen habe, muss er seinen natürlichen Verlauf nehmen! Ich fürchte, ich habe ihn nicht unter Kontrolle! Geht über meine Brücke! Es ist der kürzeste Weg nach Hause! Oh, und fröhliche Weihnachten! Wiedersehen! Das ist vielleicht ein Schneesturm! Ich kann gar nichts sehen! Vielleicht kann ich uns ja helfen! Juhu! Da ist der Weg, Rotnase! Aber wir kommen trotzdem nicht nach Hause! Nicht bei diesem Wetter! Hm? Das sind... Buhn und Doggel! Stormela sind der Brause Mit Sturm und Schnee und Hage Um Weihnachten zu retten Kann uns so santer Herr Ich habe nie zuvor einen solchen Sturm gesehen Die Hagelkörner sind so groß wie Eier Und zum Fliegen ist es zu gefährlich Mir bleibt nichts anderes übrig Als den Schlittenstart am Weihnachtsabend abzusagen Chef, luog'n Absolutely! Schiff! Gespräch bet authority Ja derAST Das Licht wird immer heller A Und nicht von F friends Abero Schiff! Nun Kinder so dass du das Oh, sorry. Doggill, Huhn, gut gemacht. Tut mir leid, dass ich euch Kummer gemacht habe. Rudolf, na mein Kleiner, deine wundervoll leuchtende Nase bringt mich auf eine Idee, die total verrückt ist. Aber vielleicht geht es ja so. Hm, hm. Lass es mich anders ausdrücken. Rudolf, du mit der rot leuchtenden Nase, hättest du Lust, heute Nacht meinen Schlitt zu ziehen? Das wäre mir eine Ehre, euer Ehren. Etwas fehlt aber noch, mein Sohn. Was denn, Santa? Jeder Flieger braucht sowas hier. Rudolf, da du bewiesen hast, dass du Mut, Charakter und ein gutes Herz hast, ernenne ich dich hiermit zu einem richtig echten Flieger. Boah, ich, ich meine, boah. Herzlichen Glückwunsch, Rotnase. Ach, äh, du, du musst vorsichtig sein da draus. Ihr seid die besten Freunde auf der ganzen Welt. Viel Glück, Rudolf. Männer, der schlimmste Sturm bütet im Umkreis von 100 Kilometern um den Nordpol. Wenn es uns gelingt, dann durchzukommen, wird der Rest der Reise ein gemütlicher Ausflug. Ich will euch nichts vormachen. Es wird keine Spazierfahrt werden. Aber wenn Rudolf uns mit seiner wunderbaren Nase den Weg zeigt, dann haben wir mit Sicherheit eine Chance. Wenn wir alle zusammenhalten, werden wir es bestimmt schaffen. Ha, 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 davon bin ich überzeugt. Ja, 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 ja... Psst! Ich bin stolz auf dich so. Durchzellen! Lasse! Danse! Prinzer! Wichse! Komet! Kübit! Donner! Blitzen! Rudolf! Leuchte den Weg aus, Rudolf! Mit Vergnügen, Santa! Schneller, Jungs!